Okay, 10 Sekunden, 5, 4, 3, 2, 1 Hallöche meine lieben Jungsers und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde Survival Games auf dem GOMME HD Server Verdammt, Alter Heute mal wieder, endlich wieder mal auf dem GOMME HD Server Der GOMME HD Server hat ja jetzt auf 14.000 Slots erweitert Und das schon seit einer langen Zeit, seit dem Sonntag Und geht auch schon los Und wir snacken uns, ja, jetzt nicht gerade viel Zwei rohe Fleisch, drei Kartoffeln, Backofenkartoffeln glaube ich sogar Und ja, wir gehen jetzt erstmal hier hoch Und gucken ob es hier Kissen gibt Ich kenne mich nämlich auf der, ja stimmt, wir spielen die Map Isla Del Rose Und ich kenne mich auf dieser Map überhaupt nicht aus Also ich kenne mich schon aus, aber sagen wir es so, ich weiß jetzt nicht, wo die oder jene Kiste ist Heute habe ich so ein bisschen mit Versprechen, ne So, Versprecher incoming Und Ups Da kommt ein Oh, 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 oh Oha, der hat uns, der hat Blockett Der hat uns Alter, Dude Krass Krass, okay, das war jetzt, das war jetzt richtig nice Das war jetzt lag Ähm Ja, äh Der Gamma HD Server hat ja auf 14.000 Slots erweitert Das heißt, äh, mit 2.000 Slots erhöht Seit dem Sonntag ist das also Und, ähm Finde ich jetzt cool, aber trotzdem ist halt der Server immer noch voll Und, ähm Ja, äh Man muss halt schon immer noch ein bisschen aktualisieren Bis man halt auf den Server kommt Und, naja, ähm Ich habe gerade, äh, gutes Equip Also, ich kann mir vorstellen, dass das was werden kann Ähm Wo komme ich denn hier jetzt heil runter? Ähm Da vorne ist ein Name Tag, kümmert mich jetzt aber nicht Äh Hier hoch Hä War ich da schon? Ähm Naja, dann hier runter Okay An dieser Kiste war ich auch schon Ähm Ja, gut, äh Ja Warte, warte Nee, nee, nee Hier komme ich nicht runter Ich dachte, ähm Vielleicht hat es hier irgendwas Irgendwo eine Wasserstelle Außer da vorne beim See Und da möchte ich eigentlich nicht hin Weil ich sonst auf die Leiter müsste Und, ja Ähm Ich kenne mich gerade wirklich nicht so Also, ich gehe jetzt einfach mal hier, äh Hier entlang Vielleicht gibt es doch noch ein, zwei Kisten Oder ein, zwei Gegnatzen Die wir wegnatzen können Natzen, ah Ja Oder ich denke Hier oben Hier oben wahrscheinlich Gibt es bestens da Äh, bestens da Ja, bestens darf ich mein Kisten Oha, die ja Die ja Spitzhacke Nee, nee, nee Äh, Axt Genau Ähm Dann Erstmal die Potions hier Ja, wo der Youngster denkt Aber sieht nicht so aus Dass ich hier was gebe Naja Gut, dann, äh Wenn hier nichts ist Müssen wir wieder runter, hä Ähm, äh, äh, hier entlang mäßig antreffen werden. Okay, äh, hier hinten kann ich hoch, genau. Warte, ist da? Ne, ist nicht. Ich dachte, es sah so aus, äh, als ob da ne Kiste ist. Yep, und das wollte ich nicht. Mann, was ist denn los? Äh, jetzt muss ich hier vorne auf die Leiter. Aber, warte mal, ne, doch nicht. Ja. Ich, äh, dachte, es sah gerade so aus, als ob hier, ob hinter mir ein Gegner ist. Ähm, ich möchte auch meine Stats verbessern. Ich habe gerade im Moment ne 0,5er KD, was jetzt nicht grad, äh, vielleicht bezaubernd ist. Ich hab etwas um die 60 Kills und 136 Tode, glaube ich. Und ja, äh, ich versuch halt das schon ein bisschen auszubessern, weil ja, keine Ahnung, ne. Holzschwert hab ich schon, brauch ich nicht. Da ist ein Gegner. Und, warte, ich will jetzt wissen, wie der Gegner equipped ist. Aber ich glaube, das sehe ich nicht, der ist dahinter, oder kommt der hervor? Doch, der kommt hervor, okay. Der hat nicht grad tolles Equip. Warte. Der hat mich doch jetzt nicht etwa gesehen, oder? Ne, der geht hoch. Okay, okay. Der ist nicht mehr, wenn er runterkommt. Jetzt. Trauf. Okay, ja. Eisenschwert. Oh, oh. Der hat der Eisenschwert aus der Kiste. Das gehört jetzt mir. Geil. 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 Eisenschuhe. Brauch ich. Oh Gott. Geil. Zwei Leute gekillt. Auch wenn das eine von hinten weggesnackt war. Aber ist egal. Er kann sich auch in den Kommentaren beschweren. Ich nehm mir den Apfelfeuerzeug und Chicken. Ihr wollt schon Schwein sagen. Ne, hier ist nix. Okay, ähm. Ich geh dann, ja, hier rüber. Und, äh. Da hinten soll, glaub ich, noch eine Kiste sein. Ja. Ja doch, da, da, da. Ich dachte jetzt hier in diesem Ding ist, aber da ist leer. Oha. Oha hat's hier viele Kisten. Nix leer. Außer Goldsach nix leer. Ja, Bogen, wow. Gut, Kuchen, aber ne. Okay. So. Wir haben, also das ist jetzt nicht grad Stuff, den wir wirklich, äh. Brauchen. Oder sonst würden wir sterben. Also, ja. Ähm. Ich brauch eigentlich Eisenschuhe. Was ist denn hier drin? Oh, perfekt. Perfekt. Eisenschuhe. Direkt anziehen. Okay. Okay. Äh, dann werd ich hier in der Kiste mal meinen Zeuge rein. Ah, ne, das war jetzt eigentlich nicht das bleibt bei mir. Und den Stick eigentlich auch nicht. Das ist nur so, ähm, Mist, äh, ausmissen, ja. Mist ausmissen? Ja, genau. Ähm, das setze ich mir hier auf den Slot. Äh. Äh, die Brötchen kann ich dann nach oben legen und, ja, den Stick brauche ich auch nicht. Okay. Ähm, weiter geht's. Wir suchen jetzt mal ein bisschen Gegner. Teamt ihr? Nein. Nein. Wieso? Okay. Ist Teams verboten? Ach ja, übrigens, hallo! Wir spielen... All ich mal, hey, wir haben Angst, das ist und wer herzlich willkommen zu einer Runde Survival Games, äh, Teams verboten. Ha, ha, ha. Sah so aus, ja, okay. Gut. Kümmert mich nicht. Aber wem meint der, der? Wien? So. Wien? Gut. Ja. Hab drei TNT vor ihm gesetzt. Spaß. Hä? Hä, hä, du bist auch ganz der Witzige. Das Eisen-Shot nehm ich mal mit, das kann ich keinem anderen. Ha, 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 ich bin geizig. Ja, das... Ich bin jetzt einfach mal geizig. Ja. Willi der XP, wie, wie, wann soll ich lachen? Äh. Jetzt. So. Na, ich hätte noch mal Fragenzeichen schreiben können, aber, naja, mach ich jetzt lieber nicht. Es lieben, glaub ich, noch vier, fünf Spieler. Ne, ne, fünf. Oder sechs. Ne, fünf. Ja, vorhin hab ich aber tappt geguckt, das ist, äh, fünf. Ja, ja, vier. Was hab ich gesagt? Oha, Relax PVV wurde von X-Revection halt gerackt. Are you mad, bro? Wahrscheinlich ist er so Rachezug, ne? Wegen, ähm, wann soll ich lachen und so. Die Feuerzeuge crafte ich jetzt einfach mal zusammen. Gut, und die Bögen hier setz ich mich übereinander. So, 40 Sekunden geht's los. 13 Pfeile Kuchen. Ähm, ja, ne, ne, ne. Lass ich jetzt lieber mal. Oha, X-Revection, äh, was ist grad aus, ey? Digga, was ist los? Ich lasse noch einige fürs Deathmatch übrig. Ja, auf jeden Fall kommen wir in Deathmatch, so wie es aussieht. Finde ich schon mal super. Super Voraussetzen! Ja, das seht ihr jetzt auch. Ich hab meine KD auf 0,51. Wer sagt mir? 69 Kills. Haha, ich hab 69 Kills! Hehe, und 136 Tode. 69, haha. Ja. Okay, 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Okay, da reicht sich seiner. Warte, was? Ne, 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 ne. Was? Der hat das Tier schwitzt? Oha, ich wollte nicht den Fall schießen, geweckt. Okay, gut, der bleibt da. Der geht jetzt mal an den anderen ran. Oder soll ich mit Pfeil drauf geben, mit Pugen, meine ich? Ja, ich, ich verfehle erst mal. Das ist richtiger Wichser. Warte. Ja, ich glaub, der eine hat das Tier schwitzt schon. Wahrscheinlich, ne, 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 er war das nicht, es war der andere. Oha, oha. Au! Was hast du für eine Range, Bruder? Jetzt, ne, äh, äh. Mann, verpiss dich! Double Hit, genau. Klar! Was für eine Range, ne, der hat mich mit Pfeil, mit Bogen abgeschossen, der Hohen. Richtiger, richtiger Rabauke, der schlimmer Fänger, Du hast ja ein Eselreiter, naja, böse, warum böse, was, was, hä? Ja, ach man, hatte der einfach, der andere hat einfach, der andere hat einfach Tierschwert verzaubert, ist so, ist klar, und, und Ketten, Ketten, Kettenoberteil auch, oder? Und Kettenhelm. Was macht der Freak hier? Ist das eine Ente? Ich wurde von, ja, okay, gut. Ja eben, weil ich, war mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob mich der andere, gesnackt hat. Oder war der andere so süß, und kam einfach zu mir, und wollte mich dann, beschützen. Ist das so, seht ihr, nochmal? 0,5 OKD, super, danke bei dir, bei mir, bei mir, bei mir. Macht ihr da mal auch? Oder, kann das sein, dass die Team, oder vielleicht Tests sind, oder so, gemeinsam? Ich weiß ja nicht. Was macht der? Ah, jetzt geht drauf. Oho, 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 ja, GG, GG, so. GG, naja gut, äh, wenn es, euch, gefallen hat, da, war's, so schlecht, Flame incoming, haha, du hast so viel Schaden gemacht. Ja, ist ja nicht so, dass er ein, die, äh, die erschwert hat, ne, äh, bugger. Okay, ich hab grad, Handy-Nachricht bekommen, also, hat doch, lasst eine positive Bewertung da, bis zum nächsten Mal, wenn euch der Park gefallen hat, dann bewertet den positiv, haut rein, bis zum nächsten Mal, bleibt da, Youngsters, bleibt geschmeidig, dann sehen wir uns morgen wieder um 18 Uhr, haut rein, bis dahin, bleibt geschmeidig, Tschömitö. Tschömitö.